Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Bad Wars, aber diesmal 4 vs. 4. Und da kann ich entweder gewinnen oder verlieren. Und das liebe ich, wenn ich entweder verliere oder gewinnen kann, weil das heißt, dass ich hier auf jeden Fall einmal vielleicht auch mal gewinnen werde. Und das finde ich sehr schön. Leute, ich baue mich direkt in die Mitte. Ach, ne, baue ich mich nicht, weil er denkt, er ist Chef und... Ja, okay, er ist doch schneller als ich. Ich bin schlauer als er. Das erste Mal, dass ich schlauer als mein Mensch bin. Wow. Ja, Mann. Sie sind Walker-Frieden. Wollt schön. Schön, einfach schön. Wartet mal. Ja, okay, er ist halt richtig lost und steht einfach die ganze Zeit nur da. Die sehen ja beide gleich aus. Das finde ich irritierend. Ich muss meinen Mates helfen. Also meinem einen Mate, weil die anderen machen ja nichts. Immer dieser kleine Leck. Ich gehe mit meinem Mate mit, weil mein Mate hat was drauf. Genau da ist natürlich wieder ein Loch, ne. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ja, ich kürze Frage. Let's go. Ich gehe mal mit zur Hand. Leute, ich gehe auf Verteidigungstrupp. Komm her. Scheiße, er hat einen Firecharge. Firecharge. Ich muss mich irgendwie nach hinten dodgen. Tja. Dein einer Mate ist down. Hops genommen. Absolute Hops. Nehme Angelegenheit. Wir müssen unserem Mate helfen. Ich wäre fast schon wieder runtergefallen, ne. Ich helfe dir, Mate. Egal was passiert, du bist blöder. Wir bleiben zu. Okay. Guide of Emeralds. Hm? Komm, 101. Ich werde die verlieren. Okay. 2v2 mache ich nur mit meinem Mate. Mate! Die wollen mich angreifen. Hilfe! Du musst sie zerstören. Ich gehe mit ihm mit. Tja. Ich habe ihn ins Wort genockt. Schnapp wie er ist einer von den Guten. Schnapp wie er ist einer von den Guten. Ich habe ihn mit. Richtig. Also ich weiß, ich habe zwei Kills. Oh mein Gott. Und wir haben noch nicht verloren. Weil ich so schlecht bin. Höh. Und wir haben noch eine von den Guten. Ich habe ihn in einem Moment. Ich habe ihn mit. 30 Euro. Oh Mann. Mein Gott, war das grad cool. Das war clean. Endlich, ich hab mal ein Game gewonnen. Victory, victory, victory. War die mein Team. Ich weiß es nicht. Hauptsache, ich komm halt mit welchen Krassen ins Team, weil dann kann ich ihnen die Schuld für alles geben, wenn sie verkacken. Und ich kann mich hier an ihre Seite stellen. Weil guckt, Leute, mein Plan ist folgender. Jetzt kommt Beishalten mit wenn. Also, mein Plan ist folgender. Ich geh einfach mit den Mates mit. Mit nem Schwert. Und dann kloppt der sich mit nem anderen und ich kloppe rein. Also eigentlich total assi, aber rechtlich keine Taktik. Und moin moinsenruide. Hallo. Was hat die für ein Skin? Oh, wie süß. Ich will auch so einen schönen Skin. Also schreibt mir in die Kommentare, was für ein Skin. Wie man sich einen Skin machen kann. Und du bist mein nicht. Ha. Ja, stopp. Wartet mal. Was die GHG jede Challenge kann. Äh, hallo? Team Upgrade. Geh mir mal aus dem Weg. Ist denn die schlecht? ja es einfach denkt er baut aber ich baue wie guuut ne wie guuut und wie komisch denk da ist die kopf hoch Mist ja ja was war das wieso ist es plötzlich dunkel geworden hat sich verdunkelt ich wäre gerade fast reingefallen weil ich mein inventar offen habe das oh ein maid ist von mir in der mitte nein ich muss hier hoch wo ist er hin war das gerade ein maid von mir Leute Leute das ist mein maid ja man aber ich habe einen weggemacht ich habe einen wieder weggemacht ich habe wieder zwei Kills schön von mir ich weiß danke schön danke danke schön Leute ja ich habe ihn mit den zweit geholt yes und damit habe ich drei Kills mein neuer Rekord wer hätte es gedacht noch mal Boah, so ein Kingshot, ne? Boah, dann nimmt er nochmal den goldenen Apple und rennt seinem Maid entgegen. Boah, dann nimmt er nochmal den goldenen Apple und rennt seinem Maid entgegen. Boah, dann nimmt er nochmal den goldenen Apple und rennt seinem Maid entgegen. Musik Ich habe aber noch Dream Defender zu ihm gestellt. Ich habe ihn vielleicht noch eliminiert. Ich weiß es aber nicht. Leute, das war es mit dieser Solo-Sing-Einlage. Die Folge habe ich euch jetzt sehr wenig unterhalten. Aber das haben wir leider verloren. Yes. Okay, damit tschümmelt, adieu, haut rein und ciao!